Zeit uns genommen, das werden wir mit dem nächsten Teilnehmer jetzt einmal tun. Plüschöhrchen. Nein, Entschuldigung. Good luck, so heißt er. Oben das Genickstück. Passend gepolstert. Keine Körner. Ein bisschen Glück gehabt hinten, dort beim Aussprung, da war er im Übrigen bei 18, das ist mir noch viel wichtiger, diese Zwischenzeit von 22 Sekunden. Die langen Wege, die langen Wege sehr, sehr schräg, sehr, sehr schräg, diesen vorletzten Steilsprung. Jetzt fahrtaufnehmend und ideal das Ganze gelöst. 47,02 Sekunden. Und damit geht Keine O'Connor ganz, ganz deutlich in Führung. Und wir haben jetzt schon einmal diese Zwischenzeit, nämlich bei 22, bei 22 Sekunden.